hallo meine lieben und herzlich willkommen zurück bei China Bridge of the Spirit es wird jetzt glaube ich härter langsam bis egal alle Feinde ohne getroffen zu werden okay das wird oh war gut das ist ein guter finde ich ganz cool eigentlich was ist das was bist du was mache ich mit ihm oh ich habe nedi ok krass das hat funktioniert hätte ich nicht gedacht sagt doch das wird schwieriger jetzt okay die trug haben wir aber schon mitgenommen das zählt noch zum dorf und deswegen fehlt uns ja auch noch so unglaublich viel aktuell nicht da kommen wir auch nicht durch was hat er gemacht ich habe kein leben mehr da hat irgendwas gemacht dass ich kein leben mehr habe warum ok direkt töten bevor irgendwas casten kann ich war zu langsam ich war zu langmaßig ich halte muss bei solchen sachen den ihr machen dann werden sie unterbrochen merken 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 oder auch nicht ok 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 wir haben es oh war dum wie überhaupt das ding eigentlich ist ok sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut die pflanze ist weg jetzt war das gar nicht so intelligent ach ich denke würde nichts ausmachen nicht dass uns jetzt irgendwas fehlt auf einmal ok wir haben hier das ist ein objekt sagen wir mal ehrlich das kommt hier rüber oder dahin wir gehen da gleich noch hinter wir sind leichter oder gibt es wahrscheinlich komme ich dann da hoch ja diese art mini teleport das haben wir hier oh guck mal sehr geil eine weitere geisterpost gefunden sonst ist hier aber nichts mehr sieht nicht danach aus ok dann gehen wir nur noch ein bisschen umgucken ok ich kann es nicht gedacht dass ich hier oben bin hätte ja sein können so hier waren wir drin dass wir gehen noch kurz hier in die gasse oder ist das ein raum hier haben wir aber nichts mehr höchstens die truhe da oben nee und sonst hier drin sieht doch nicht aus als ob wir da von außen sieht nicht von außen so aus als ob da irgendwas wäre nee ich glaube das ist gut so dann machen wir weiter was ist hier und noch hier komme ich hier komme ich hier komme ich hier komme ich ja ja natürlich muss jetzt wieder außenrum ich muss ganz außenrum und wir sind hier oben oder ja ok cool so dann weiter hier hoch ich sag's euch der alte mann ist unser vater hundertprozentig das ist der letzte geist den wir dann frei lassen das schätze ich zumindest so oder wir treffen unseren vater noch auf der reise nehmen wir natürlich wird die kostenlosen fest alle hier machen wir einfach mal ok sind durch die 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 gegner einfach mehr parieren dann ist eigentlich alles relativ easy schön so einmal hierüber ich hoffe das spiel hat übrigens die aufmerksamkeit bekommen wo es verdient hat ich glaube nämlich ist es leider nicht so falls was leicht das war dumm okay hier haben wir noch ein schrein ja ja oh mein gott falsche taste nicht gut nicht gut nicht gut wir machen es so noch einer noch zwei zu spät wir machen jetzt erst mit dem platt okay okay nice gut wir haben viel 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 karma bekommen habe ich mittlerweile gesehen wir können das nächste schild ab deine stärke von keinem schild wird erhöht das brauchen wir mittlerweile machen wir ja viel größer guck mal ja viel größer guck mal die maske kraft only helps the spirit who has loved so habe ich mir fast gedacht aber dass du durch die erinnerung kommt eher weniger aber hier unten war glaubt der schrein wenn ich mich nicht hier ja hier gut 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 okay soweit so gut hier könnten wir runter fliegen sehr gut sonst war hier eigentlich nichts drin ne die truhe haben wir ja geholt dann können wir eigentlich hier weiter gehen okay das ist nice gemacht was wie cool ist das denn so war punkt sehr gut oh gott vielleicht hätte ich erstmal ne ja ich dachte die sind mehrere ich kann ja mehrere befehle geben aber wie es aussieht wohl wohl leider nicht und hier wird ein heftiger kampf ich glaube wir sind bei tossis angst vielleicht zu versagen als anführer ich habe eine ganz schlimmes leute ich habe eine ganz schlimmes habe ich hier irgendwas vergessen eigentlich nicht ich bin Ähm, hallo? Ach, die haben... Die haben Masken drauf, Mann! Das habe ich gar nicht gesehen. Hier haben wir zum Beispiel die Maske mit den mehreren Augen. Die kommt hier rüber. Okay, es tut mir leid, es tut mir leid. Hier haben wir die komische Maske mit... Was haben wir hier? Okay. Wusste ich nicht, wusste ich nicht. Ja, danke. Dann kommt die da rüber. Und die dann da rüber. Okay, das habe ich nicht drauf geachtet. Könnt ihr mich mit transportieren, bitte? Nein? Okay. Ich erinnere mich noch schlimmer ist.